ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst ein video anzuschauen heute schauen wir auch wieder in den karten wie es in deinem zwillingsflammen prozess weitergeht und dafür habe ich jetzt hier ein stimmgabel dabei und schließe deine augen kurz und stimme dich in diese energie ein und schwinge dich in diese energie rein ihr kennt auch die macht und die kraft der schwingungen und klangschalen und stimmgabeln alle klang klanginstrumente denn die sind in der lage dass wir unseren schwingung natürlich auch erhöhen auch unser unsere stimme hat ja auch eine bestimmte schwingung jeder ton hat eine bestimmte schwingung jede gedanke hat eine schwingung und jetzt sende mir halt deine gedanken zu und jetzt schauen wir was sind denn so deine gedanken gerade wie ist denn die schwingung der gedanken jetzt und natürlich auch ja von deinen zwillingsflammen umso positiver du denkst umso besser natürlich entwickelt sich das ganze also es geht doch hier stück weit um die treue um die anziehungskraft und es geht auch darum wirklich dass hier der universum auch das ganze leitet auch seit längerem ist der universum dabei es geht hier um die liebe und es geht auch um diese seelische verbundenheit was jetzt auch generell da ist es geht um deine anziehungskraft und es geht auch hier um die kraft deine gedanken was ich jetzt hier auch sehr also die kraft deine gedanken auch ob sie jetzt wirklich positiv sind dann kommt auch wirklich die einladung und das ganze hat dann halt auch umso mehr potenzial umso positiver du denkst umso höher du schwingst denn die zwillingsflammen haben eine ganz besondere aufgabe dass sie auch zusammenkommen um diese erde halt auch zu heilen und zwar von all diesen negativen niederschwingenden angstbefangenen gefühlen sondern einfach in diese reine liebesfrequenz in reines positives bewusstsein miteinander schwingen und also lasst die maske und die angst los ja dann schwingst du schon wesentlich höher eine kurze legung für dich und ich bin jetzt mal natürlich gespannt was die karten jetzt für euch dann auch sagen werden ja es geht um die heilung und es geht auch stückweit wirklich hier darum ja dass etwas in erfüllung gehen wird zwischen euch ich lege vier mal die acht ich habe jetzt hier die karten dabei und ja alles wunderbar so sekunde vier mal die acht zwei vier sechs sieben acht neun also ich bitte euch wirklich unter dem video immer zu schauen einfach auch natürlich gibt es auch portal tage angebote bei mir dann gibt es für den vollmond ein angebot dann gibt es für den neumond immer wieder ein angebot ja und dann gibt es auch die raunigste energie kreis bei mir ihr könnt auch coaching bei mir auch buchen wenn ihr natürlich auf euren prozess weiter gehen wollt karten legen könnt ihr buchen hypnose könnt ihr buchen rituale also das volle spektrum schaut einfach vorbei und informiert euch das findet ihr auch immer wieder also im shop ja und ja ich freue mich total auf euch ja so dass ich euch ja dass ich euch da auch euren prozess auch begleiten darf ja dass ich euch auch um euren prozess begleiten darf schau mal hier also deine zwillingsflamme zeigt sich hier in seine volle kraft also das finde ich schon großartig ja er schaut zwar hier aus dem bild so ein bisschen ja aber unbewusst schon mal was hier alles bei ihm los ist also möchte diese leidenschaft mit dir leben und er möchte natürlich auch diese wunscherfüllung auch hier haben und ich sehe hier auch definitiv dass er auch eine anziehungskraft hat und definitiv auch in deine richtung gehen möchte also möchte auch in deine richtung gehen oh sekunde möchte auch in deine richtung gehen möchte auch dass er dir entgegenkommt so hat ein tiefes inneres wissen weißt du schon dass er sich komplett neu ausrichten wird unbewusst also dass diese ganze ärger und diese stagnation hat was mit dem vorleben zu tun so nehme ich das ganze hier definitiv wahr also wo bist du also du als zwillingsflamme also ich gucke schon in dieselbe richtung du schaust in der liebe in diese seelische verbundenheit und du schaust aber auch in der wunscherfüllung seit was du seit längerem dir auch wünschst und du wünschst dir das ja auch hier wie gesagt dass es hier also eine loyalität da zwischen euch noch besteht und dass es in der tiefe geht unbewusst hast du aber noch die maske und unbewusst hast du noch die ängste da was doch loslassen sollst hier im realen leben weil das ist ja so ein bisschen ja diese weiblichkeit was du jetzt ausstrahlst also das ist so dein deine weibliche anteil oder deine weibliche seite dein bewusstsein auch ja hier in deinem menschlichen körper richtest du deinen gedanken positiv aus was ich jetzt hier generell noch wahrnehme oder sehe also du du hoffst ja wirklich hier dass es wie gesagt dass es hier auch ja wie soll man das sagen dass es hier auch wirklich in der romantik endet dass ihr euch auch trifft weil das ganze hätte potenzial und du hoffst ja auch dass es jetzt auch mal schnell sich entwickelt das wünschst du dir so sehr diese heilung denn also in diesem verborgenen und sich das immer wieder verbieten oder dieses unklarheit unsicherheit also du weißt ja nicht wie das weitergeht und du verbietest dir das das macht dich also ziemlich fertig ja und das soll es doch wirklich loslassen bei deinen zwillingsflammen geht es wirklich darum dass er hier eine lösung findet dass er lösung findet für sein sein thema für dieses dass er dir noch nach wie vor vertrauen kann dass auf dieses neuanfang vertrauen kann dass er daran arbeiten kann dass er dann halt auch seinen weg gehen kann also dass er das auch optimal einsetzt und schlau einsetzt in der öffentlichkeit darum geht es hier dass also diese karmische geschichte was jetzt hier zwischen euch da ist dass es sich zum guten wenden kann dass er nochmal genau hinschaut und bestimmte zusammenhänge auch erkennen kann so jetzt sehen wir natürlich nochmal jeweils eine karte was soll deine seele lernen was soll seine seele lernen also oh hatten wir das nicht die tages es geht um scheitern ich verstehe dass fehler chancen sind etwas zu lernen ja und das ist für dich und für ihm geht es um selbstwertgefühl also er soll sein selbstwertgefühl noch natürlich noch näher nicht verfüge über seelengaben die mir und anderen zugute kommen und die empathie sollt ihr auch füreinander fühlen ich bin offen dafür bei den seiten eine situation zu sehen so heute eine kürzere legung denn ihr bekommt also fast täglich eins und jetzt ziehe ich nur noch eine herz karte ja und ich allein die zeit für das zeigen und es kommt ein wunder in dein leben in deine beziehung steht eine veränderung an mit wunder und dann ach für deine zwillingsflamme ist das abfalten überstürze nicht lass die linke ihren lauf nehmen und die göttliche fügung du wirst wissen wann der richtige zeitpunkt gekommen ist vertraut darauf dass sich alles zum guten wenden wird so ich hoffe das war für dich hilfreich du hast dich hier wieder gefunden wenn es der fall war freue ich mich über ein live über ein abo und über ein kommentar sowieso meine haare noch mal rücken wunderbar ich sage danke und bis ganz bald tschüss